Warte, Arafat, darf ich eine Sache sagen, bitte? Also gut, was er immer gegen dich sagt im Stream. Warte, Arafat, ich sag nie was gegen dich. Der macht nur Fitna. Arafat, würde ich niemals machen. Aber du weißt, ich warte immer noch. Salam alaikum ammar. Arafat, eine Sache. Ja. Ich hab das ganze System durchblickt. Jeden Sonntag kommt Parello bei dir. Ihr macht Abrechnung. Der drückt ab bei dir. Ja, klar. Weißt du, warum du so redest? Warum? Da mir gibt's ein Wort. Neid. Neid? Warum sollte ich neidisch sein, wenn jemand abdrückt? Du drückst doch auch ab, sag doch auch. Aber ich drück nicht so viel ab wie er. Nein. Ich drück nur bei dir 50. Mein Payball ist immer voll, warum? Wolltest du mich nicht anrufen? Du hast mir doch gesagt, du rufst mich an. Ich war durchgehend live. Wallah, ich war durchgehend live. Hör mal zu. Wir haben die ganze Zeit durchgehend. Parello muss auf die Ecke. Wir sind gerade erst live gekommen. Tippen, liken, Gas geben. Dreck, Osa. Der Verlierer macht drauf. Dach, dach, dach. Der Verlierer macht den Pferd. Nein, Verlierer beantwortet drei Fragen mit Ja. Achso. Nein, sechs. Sechs. Sechs Fragen mit Ja. Tippen, Legas. Alle like. Leute, alle, die hier drin sind, neue Rangliste, neue Woche hat begonnen. Wir spielen alle gegen alle. Verlierer beantwortet sechs Fragen mit Ja. Verlierer beantwortet sechs Fragen mit Ja, Leute. Osa. Also wer jetzt verliert, wird von den drei Gewinnern zwei Fragen beantwortet, äh, gestellt. Zwei Fragen gestellt und man muss alle Fragen mit Ja beantworten. Wir haben nicht viel abgesehen. Osa, weißt du, warum ich langsam glaube, dass du real bist? Ja, Leute. Warum? Weil du der Einzige bist, der nicht abdrückt. Nur die Punkte zählen. Nur die Punkte. Fert, ja, langsam. Du gefällst mir langsam. Der mit den wenigsten Punkten muss die Strafe machen. Fert, du bist ein Mann, Alter. Langsam, du kommst authentisch rüber, ja? Wer? Hä? Was ist authentisch? Osa. 39 Rosen, Leute. Weil er drückt nicht ab, er holt von anderen. Oh, wie schön, meine Dumme. Alles mal zwei, alles mal zwei, Leute. Allelah. Gleich nicht alles auf. Du, Allah, welcher ehre Mann gibt, hat er gepusht hier direkt.